Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem neuen Video wollen wir uns einmal ein Problem anschauen, was viele Streamer leider immer wieder haben und sich ärgern und wundern, warum das Ganze passiert. Wenn ihr von Elgato einen Cam Link nutzt und damit meine ich dieses kleine nette Gerät, dann habt ihr wirklich viel Power in der Hand. Denn dieser Cam Link, der ist ja wirklich dafür gedacht, eure Kamera, eine wirklich gute Kamera in den Stream zu bringen oder in die Aufnahmen. Aber dieses kleine Ding kann auch für viele Probleme sorgen, denn gerne mal, und das berichten ja auch viele, friert das Bild der Kamera ein und man wundert sich, warum das Ganze passiert. Und was ihr dagegen machen könnt und warum das Ganze überhaupt auftritt, das möchte ich euch einmal in diesem Video genau erklären. Seid ihr aktuell auf der Suche nach atemberaubenden animierten Overlays und Designs für euren Stream- oder YouTube-Kanal, dann solltet ihr euch unbedingt mal OwnTV anschauen. Hier bekommt ihr neben kompletten Overlay-Paketen auch Emotes, Logos und vieles mehr. Auf den Produktseiten findet ihr neben ausführlichen Informationen auch Beispiele zu den einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Und vergesst beim Checkout nicht den Code Nielson1489, denn damit staubt ihr 40% Rabatt ab. Fangen wir doch erstmal bei den einfachsten Dingen an. Wenn ihr euch einen Elgato Cam Link kauft, dann bekommt ihr diesen mit so einem Erweiterungskabel dazu. Dieses Erweiterungskabel könnt ihr nehmen, um das Ganze nicht direkt an eurem PC anzuschließen, sondern erst in das Erweiterungskabel und dieses dann in einen USB-Port eures PCs. Problem an solchen Erweiterungskabeln ist jedoch, dass das schon dazu führen kann, dass der Cam Link nicht mehr genug Saft bekommt, beziehungsweise nicht genug Bandbreite zur Verfügung hat und somit euer Bild einfriert. Das Einfrieren des Bildes des Elgato Cam Links liegt eigentlich an zwei Dingen. Entweder ist nicht genug Bandbreite auf dem USB-Controller zur Verfügung oder aber euer USB-Device bekommt nicht genug Strom. Also der Cam Link bekommt nicht genug Strom über den USB-Anschluss. Und das Ganze werden wir jetzt mal Step by Step durchgehen, welche Dinge alle dazu führen können, dass diese beiden Probleme auftreten. Also Bandbreite nicht ausreichend, beziehungsweise zu wenig Strom. Erst einmal, und das ist den meisten sicherlich klar ist, dass ihr diesen Cam Link an einen USB 3.0 Port anschließen solltet. Das seht ihr meistens an der blauen Farbe des USB-Anschlusses. Es gibt auch die schwarze Farbe, das ist USB 2.0. Und dann gibt es auch die roten USB-Ports. Das sind meistens USB 3.1 beziehungsweise USB 3.2 Anschlüsse. Diese sind aber abwärts kompatibel mit USB 3.0. Das heißt, selbst in einen roten USB-Anschluss solltet ihr euren Cam Link anschließen können. Jedoch, und das sage ich auch dazu, ihr solltet versuchen, den Cam Link direkt an eurem PC anzuschließen. Das heißt, nicht das mitgelieferte Verlängerungskabel nehmen, erst gar nicht ein selbst gekauftes Verlängerungskabel für USB nehmen und vor allem nicht einen externen USB-Hub. Das heißt, wenn ihr euch einen USB-Hub kauft, damit ihr mehr USB-Anschlüsse habt, ist das zwar eine tolle Sache, aber an so einen USB-Hub solltet ihr definitiv nicht euren Cam Link anschließen. Bitte direkt an den PC anschließen und das hilft meistens schon bei den meisten Problemen, dass er dann auch richtig funktioniert. Kommen wir dann einmal zu der Verbindung zwischen eurer Kamera und dem Elgato Cam Link. Und zwar braucht ihr ja an dem Elgato Cam Link einen ganz normalen HDMI-Anschluss. An eurer Kamera habt ihr meistens einen Micro-HDMI- oder Mini-HDMI-Anschluss und da liegt ja die Vermutung nahe, man könnte ein normales HDMI-Kabel nehmen und an der Kamera dann einfach einen HDMI- auf Micro-HDMI-Adapter benutzen. Aber nein, bitte tut das nicht. Kauft euch ein richtiges Kabel, was auf HDMI und direkt Micro-HDMI oder Mini-HDMI geht, damit ihr dort nicht noch einen Adapter dazwischen steckt. Denn auch das kann dazu führen, dass dieser Adapter das Signal nicht richtig sauber durchgeht und dann friert euer Bild ein, beziehungsweise ihr bekommt gar nicht erst ein Bild auf dem Cam Link. Und wo wir schon bei dem HDMI-Kabel sind, solltet ihr ein zu langes HDMI-Kabel verwenden, dann reicht meistens gar nicht mehr die Verstärkung auf dem Kabel aus, sodass das Signal sauber in den Cam Link kommt. Und das kann auch zu Freezes, also eingefrorenen Bildern im Cam Link führen. Das heißt, wenn ihr eure Kamera sehr weit entfernt von eurem Cam Link aufbaut, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr sogenannte HDMI-Extender dazwischen steckt. Das sind kleine Verstärker, die das HDMI-Signal nochmal verstärken. Meine Faustregel dabei ist, sollte das Kabel von Kamera zum Cam Link mehr als 5 Meter betragen, dann werde ich immer einen HDMI-Extender dazwischen stecken, ansonsten kann es halt auch zu Freezes führen. Aber am besten versucht ihr immer, die Strecke zwischen Kamera und Elgato Cam Link unter 5 Metern zu halten, dann solltet ihr definitiv keine Probleme bekommen. So, und bevor wir dann auch wirklich zu den Einstellungen am PC kommen, die ihr tätigen könnt, um das Ganze vielleicht noch zu beheben, möchte ich noch ein, zwei Dinge erklären, die ihr beim Anschließen falsch machen könnt. Und zwar ist es so, dass wenn ihr an eurem PC mehrere Cam Links anschließt, beziehungsweise ihr habt einen Elgato Cam Link dran und habt dann vielleicht noch eine externe Elgato Capture Card dran, wie die HD60S oder HD60S Plus oder habt noch mehrere Webcams dran, dann kann es dazu führen, dass euer USB-Controller an eurem PC überlastet ist, beziehungsweise die Bandbreite auf diesem Controller einfach nicht mehr ausreicht. Was man also versucht ist, eigentlich, wenn man mehrere Geräte hat, die sehr viel Bandbreite auf dem USB-Controller verwenden, die Geräte zu trennen. Zum Beispiel, das Einfachste wäre, dass ihr den Cam Link dann vorne am PC anschließt, wenn vorne auch USB-A3-Anschlüsse sind, also USB 3.0 und alle anderen Geräte hinten am PC. Das kann schon dazu führen, dass das ganze Problem nicht mehr auftritt, weil ihr eure Geräte auf den Controllern verteilt. Um einfach zu testen, ob es auch wirklich an der Auslastung der Bandbreite liegt, könnt ihr eigentlich alle Geräte mal abschließen, außer natürlich Maus und Tastatur, und schließt dann nur den Cam Link zusätzlich am PC an und versucht mal, ob das Ganze innerhalb von ein paar Minuten dann wieder einfriert. Das sollte nicht mehr der Fall sein, denn dann habt ihr ja genug Bandbreite übrig auf dem USB-Controller und der Cam Link kann die Daten an den PC weitergeben. Solltet ihr dennoch einen Cam Link haben, der dann einfriert, dann kann es eigentlich nur noch an zwei Dingen liegen. Und die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen am PC und vor allem solltet ihr diese Dinge vielleicht trotzdem einmal durchgehen, denn selbst wenn ihr genug Bandbreite hättet, weil ihr gar nicht so viele Geräte angeschlossen habt, kann das Problem von, und das werden wir uns jetzt anschauen, zu alten Treibern bzw. einem falschen Power-Management von Windows dazu führen, dass euer Cam Link einfach einfriert. Also würde ich sagen, einmal schwupps auf Windows und dann gehen wir das Ganze einmal gemeinsam durch. Als allererstes möchte ich mit euch einmal in den Geräte-Manager wechseln. Der Geräte-Manager ist dafür da, eure einzelnen Hardware-Komponenten aufzugliedern bzw. aufzulisten und dort wollen wir einmal reinschauen. Das heißt, wir gehen unten links auf das Windows-Zeichen, klicken drauf und geben dann einfach auf der Tastatur Geräte- und dann seht ihr auch schon Geräte-Manager. Dort klickt ihr bitte einmal drauf und dann öffnet sich der Geräte-Manager. In dem Geräte-Manager habt ihr nun mehrere Kategorien und wir wollen einmal in die Kategorie USB-Controller schauen. Das Ganze klappt ihr auf und dann seht ihr eigentlich schon, was wir brauchen. Wir brauchen die USB-Root-Hub-Geräte. Dort kann es sein, dass euch vielleicht nur ein USB-Root-Hub angezeigt wird. Besser ist natürlich, wenn ihr mehrere habt. Um dort jetzt einmal eine Erklärung zu geben. So ein USB-Root-Hub hat nichts mit einem externen Hub zu tun, den ihr an euren PC anschließen könnt, sondern ein Root-Hub ist ein auf eurem Mainboard befindlicher Hub. Das heißt, dort werden die USB-Anschlüsse über diesen Hub gesplittet und auf die einzelnen externen Anschlüsse aufgeteilt. So ein USB-Root-Hub hat natürlich nur eine gewisse Bandbreite und wenn diese überschritten wird, führt das dazu, dass entweder Geräte disconnecten oder einfrieren. Was wir also versuchen wollen, ist, dass wir unsere Geräte und vor allem den Cam-Link auf unterschiedliche USB-Root-Hubs verteilen, damit wir auch sicherstellen können, dass wir die jeweiligen Bandbreiten nicht überschreiten. In diesem Beispiel sehen wir zum Beispiel, wir haben drei USB-Root-Hubs. Das heißt, wenn ich meine Geräte nun an meinem PC an den unterschiedlichen USB-Anschlüssen verteile, dann habe ich den Vorteil, die Bandbreite der Geräte sozusagen aufzuteilen und somit nicht in das Bandbreiten-Limit zu kommen. Ein Problem dieser USB-Root-Hubs ist jedoch, dass Windows gerne versucht, die Anschlüsse einfach zu deaktivieren, wenn es der Meinung ist, Strom sparen zu müssen. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass der Elgato-Cam-Link einfach einfriert. Also, was wir einmal machen wollen, ist folgendes, wir wollen das Power-Management für die USB-Root-Hubs deaktivieren. Dafür klicken wir auf einen dieser USB-Root-Hubs und das wiederholt ihr für jeden USB-Root-Hub, der hier aufgezählt ist, gehen auf die Eigenschaften und in den Eigenschaften dann auf Energieverwaltung. Bei Energieverwaltung seht ihr, dass hier ein Häkchen für Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen gesetzt ist. Das Ganze einfach einmal entfernen, das Häkchen und dann auf OK klicken. Und das war es eigentlich schon, damit könnt ihr die Energieverwaltung für diese USB-Root-Hubs ausschalten und das Problem beheben, dass theoretisch zu wenig Strom am Cam-Link ankommt. Eine weitere Sache, die sein kann, ist, dass ihr einfach zu alte Treiber installiert habt für euren USB-Root-Hub. Diese sind, je nachdem, ob ihr Intel oder AMD einsetzt, immer unterschiedlich aufgelistet. Das heißt, bei dem einen System sind diese als extra Treiber installierbar, bei dem anderen System sind diese einfach im Intel-Chip-Satz-Treiber mit dabei. Was wir also erstmal machen ist, wir müssen rausfinden, welches Mainboard wir haben. Dafür würde ich euch empfehlen, sollte es nicht ein Laptop sein, beim Laptop geht ihr natürlich auf die Herstellerseite des Laptop-Modells, welches ihr besitzt. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben einen Desktop-PC, dann gehen wir hier einfach auf CPU-ID, CPU-Z. Das Programm würde ich euch empfehlen, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Nach der Installation einfach öffnen, dann bejahen und dann öffnet sich CPU-Z. Und in CPU-Z finden wir eigentlich alle wichtigen Informationen, die wir brauchen. So finden wir zum Beispiel die Möglichkeit, hier auf den Reiter Mainboard zu gehen. Und beim Mainboard sehen wir dann, was wir benötigen. Wir haben ein B450 Gaming Plus Mainboard. Dieses Mainboard ist von MSI und das Ganze suchen wir nun einmal im Browser. Das heißt, wir wollen die Treiber für unser Mainboard aktualisieren. Da ich das Ganze schon mal ausführlich gemacht habe, möchte ich auch darauf jetzt verweisen. Oben rechts in der Infobox habe ich euch dieses Update-Video einmal eingefügt. Dort wird gezeigt, wie ihr dann für dieses Mainboard, was wir ja gerade herausgefunden haben, dann auch wirklich explizit die Treiber finden, herunterladen und installieren können. Bitte tut das einmal und danach startet ihr euren PC neu. Und wenn ihr das getan habt, dann sollten nun auch die aktuellsten Treiber auf dem System sein, die dazu führen werden, dass euer Cam Link nun nicht mehr mit alten Treibern arbeitet und dann das vielleicht aufgetretene Problem eines einführenden Cam Links behebt. Ja, nun sind wir eigentlich mal alle Dinge durchgegangen, die man a. bei der Verkabelung falsch machen kann oder auch b. die etwas mit Treibern oder der Energieverwaltung von Windows zu tun haben. Ihr solltet, nachdem ihr diese ganzen Punkte durchgegangen seid, eigentlich nun in der Lage sein, euren Cam Link ohne Probleme nutzen zu können. Nun möchte ich aber abschließend nochmal zu einem weiteren Problem gehen oder beziehungsweise zu einem weiteren Setup, was man vielleicht fahren kann, wenn man mehrere Elgato Cam Links angeschlossen hat. Und ich würde euch empfehlen, maximal zwei an einem System zu verwenden. Bei drei Cam Links, uh, das kann schon wirklich frickelig werden, das ans Laufen zu bringen. Aber so maximal, und das wird auch von Elgato gesagt, sollte man zwei Cam Links an einem System verwenden. Dann solltet ihr darauf achten, dass ihr diese Cam Links definitiv an unterschiedliche USB-Root Hubs setzt. Das heißt, wenn ihr keine zwei USB-Root Hubs in eurem Gerätemanager habt, dann lasst es auch sein. Ihr werdet dann keine zwei Cam Links betreiben können. Solltet ihr aber zwei oder vielleicht sogar drei USB-Root Hubs haben, achtet darauf, dass ihr die Cam Links auf diese Root Hubs, ja, aufteilt. Das heißt, zum Beispiel habt ihr dann vorne am PC USB-3-Entschlüsse, das wäre dann ein USB-Root Hubs, gehen wir mal davon aus, dranstecken. Hinten habt ihr dann auch noch ganz viele Anschlüsse am Mainboard und dort schließt ihr dann auch noch einen Elgato Cam Link an und dann könnt ihr sozusagen diese Cam Links voneinander trennen auf den USB-Root Hubs des Mainboards und solltet auch keine Probleme mehr mit einfrierenden Kameras bekommen. Ja, ich hoffe, dass euch dieses kurze Video helfen konnte, solltet ihr ein Problem haben mit einfrierenden Elgato Cam Links und wenn euch das Video dann auch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!